Geht's los zur MTH 71 Michi hat sich neue Teile gekauft, weil es ein CC kaputt war von uns PC kann ein CSS unterladen weil nämlich die Kamera ist davon Jump Mac und die Maus verursacht, dass ein CC ruckelt Das klingt nach einer erfolgreichen Lade So, 360 km gefahren, 17.04 Uhr Dom holt sich jetzt ein Feuerzeug Auf der Pfeffer, holen wir uns ein Feuerzeug Jetzt ist es doch hier Es ist der Virenfahrt Die Weltuntergang Es sind noch 4 Minuten und es ist 18.59 Uhr Wir sind hier um ca. 19 Uhr angekommen im Haus Nummer 5. Wir sind hier um ca. 19 Uhr angekommen im Haus Nummer 5. Wir sind hier um ca. 19 Uhr angekommen im Haus Nummer 5. Wir sind hier um ca. 19 Uhr angekommen im Haus Nummer 5. Wir sind hier um ca. 19 Uhr angekommen im Haus Nummer 5. Wir sind hier um ca. 19 Uhr angekommen im Haus Nummer 5. Danke schön!